My work here is done. Jo. Hallo. So. Hier ist alles erledigt. Es wird Zeit für Jimmy in die Hire zu gehen. Wieso jagen wir jetzt die Nurse auch hinterher? Hallo, ich hab euer Bibli... Ich hab euer Bibliothek von Ratten befreit. Weil ihr Pussis wart. Alter. Jo. Ganz lästig an ihm vorbeigefahren. Like a boss. So. Jetzt schlafen. Ah, guten Morgen, ihr Pussis. So. Ist schon... Ist alles voll. Gibt's irgendwelchen Unterricht? Gibt's nicht... Hm. Möglicherweise Kunst, aber ich glaube, ich lass es. Mal gucken. Findet Johnny Vincent. Ist das nicht dieser komische Gwieser gewesen? Mit seiner... Freundin? Die mehr eine Schlampe als eine Freundin war? Ähm... Ja, wir... Oder... Beobachte ich jetzt ab, bis... ...jagen gezeigt wird, was für ein Unterricht jetzt ist. Naja. So, warten wir einfach mal ein bisschen ab. Äh, la, 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 la. Und beobachten wir die Leute. Was machen die denn da hinten denn so schönes? Hallo. Hallo. Na, klutschstimmig? Mua, 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 mua. Es ist Unterricht, den wir noch nicht fertig haben. Jetzt könnt ihr aber auch mal aufhören. Jetzt wird es langsam widerlich. Naja. Was man nicht alles für ein bisschen Gesundheit macht, ne? Sieht nach... ...Sport aus. Na, geht doch. Oder Arbeitslehre. Arbeitslehre. Ja, super. Schön. Na gut, probieren wir es mal. Hallo, ich hab richtig rumgedreht. Was willst du eigentlich? Geht doch. Ach, verdammt. Das war falsch. Ja, nächstes Mal war wirklich mein Fehler. Ich hab den rechten Stack gedreht. Gedreht, nicht gedrückt. So. Na, schaffen wir es heute? Ach, verdammt. Falsch in den Kloch gedrückt. Ja. Fick dich doch. Aber es ist leer. Wer braucht das schon? Was gibt's denn jetzt? Fotografie haben wir schon fertig. Wir haben schon vieles fertig vom Nachmittagsmunterricht. Na gut, dann machen wir einfach mal das mit Johnny Vincent. Weee. Ups, Entschuldigung. Hab dich nicht gesehen. So. Noch ein Leck. Naja, war aber nur ein kleiner. Insofern nichts so schlimm. Ich kann's einfach nicht lassen. Ich hab immer, wenn ich Jimmy so hier rumfahren sehe, auf dem Skateboard, dann muss ich immer an dieses Lied denken. Ob er ja nicht white and nerdy ist. Ui. So, findet Johnny Vincent. Ja. 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 Als du geblieben bist, alles ist wirklich verrückt. King of the school. Who ist der Daddy-O jetzt, huh? Meine Liebe ist weg. Find ihn, King. Quit pokin' mich. Du bist beide schuldig. Cut es raus. Jetzt sag mir, wo ist Johnny? Ich weiß nicht. Niemand hat ihn gesehen. Er wurde ein bisschen brokenhearted nachdem wir uns verletzten, aber es ist nicht meine Schuld. Someone sagte, dass sie ein paar Asylum Orderleys gesehen haben, um ihn zu seinem Haus zu gehen. Aber du kennst, wie die Leute lieben zu sprechen. Johnny war nicht verrückt. Asylum Orderleys? Die sind ja ein bisschen sauer. Heilanstalt. Oh nein. Oh nein. Wo ist die denn? Oh nein. Ja, erstmal zum Arsch der Welt fahren. Warte. Ähm. Huch. Wow. Hab ich gar nicht gewusst, dass Jimmy das kann. Äh. Zum anderen Stände. Äh. Zum anderen Ende. Nicht zum anderen Stände. Der Stadt. Zum anderen Stände der Art. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder da reinklettern und alles und bam und äh. Denn wir wissen ja, wie das das letzte Mal so lief. Nämlich richtig beschissen. Wow. Ist das hier eine runtergekommene Gegend. So. Wo muss ich lang? Vielleicht irgendwo rechts eine große Straße. Da wäre es zum Beispiel möglich gewesen. Dann machen wir das halt hier. So. Wow. Und ich dachte, das andere Viertel wäre schon runtergekommen. Aber das hier ist jetzt nochmal ein drauf. Ah, der Tunnel. Tunnel. Ach, komm schon. Tunnel sieht doch so aus, als wäre das hier der Weg. Zur Heilanstalt. Ne? Ja, da ist es ja. Ah, muss ich wieder reinklettern? Hm. Hallo, Theo. Kennst du mich noch? Man muss sich hier einfach nur irgendwie an der Seite irgendwo hin. Sieht so aus, als wäre das. Ja, ich muss hier auf den Baum klettern. Ja, das kennen wir schon, das ganze Prozedere. Ja. So. Lass dich fallen, Jimmy. Zack. So, einen großen Bogen hier machen. Oh. Ah. Jimmy, der Assassine. Los, rein da. So. Funktioniert ja diesmal viel besser. Ach. Hallo, Heilanstalt. Na? Kennst du mich noch? Ach ja. So sieht man sich wieder. So sieht man sich wieder. Der andere bewacht weiter. So. Dann wahrscheinlich hier lang. So. Dann passt er überhaupt nicht auf. So. Dann passt er überhaupt nicht auf. So, hier weiter. So, dann macht er hier um diese Säule hier eine Runde. Das ist gut. Gut. Scheint diesmal ziemlich gut zu laufen. Sehr gut. Oh, das war's noch nicht. Okay, hier drunter vorbeischleichen. Oh je. Da kommt jemand hier um Elke. Aber die haben ziemlich kurzen hier. Hier, hier nicht Blickwinkel, sondern Blickweite-Dings. Okay, das scheint hier eine gute Augenblick zu sein. Oh, das ist gut. Oh. Na, komm. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank.